Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory. Hallo, liebe Hörenden da draußen in den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur BGT heute, ja, samstags. Aber es ist ja der 4. Mai und wenn ihr das so mitbekommen habt, wir sind ja total im Star Wars Unlimited Fieber. Deswegen wollten wir den Star Wars Day heute natürlich entsprechend zelebrieren und da haben wir uns ein paar Sachen überlegt. Und ja, die Macht ist mit uns und deswegen sind wir auch viele heute, zumindest so gemischt. Und heute erstmal mit dabei ist der Olli. Hi Olli. Hallo, hallo und einen schönen Star Wars Day an euch alle da draußen. Ja, ich hoffe, ihr könnt ihn einigermaßen irgendwie gut verbringen. Ja, dich hören wir ja nachher nochmal mit Alex zusammen. Ihr habt da ein bisschen gequatscht, weil der Alex ja bei sich in Schwerin die lokale Szene da ganz gut mit betreut und die da echt ein paar schöne Sachen am Start haben. Da quatscht ihr dann nochmal, was da so geht, aus der Sicht vom Laden, wie es so ist, an den Kram zu kommen. Ja, und wir beide wollten mal so ein bisschen über das Set 2 reden, was uns da so erwartet. Shadows of the Galaxy startet ja jetzt im Juli, korrekt? Genau, im Juli, genau. Genau, und da sind ja schon ein paar Sachen veröffentlicht worden und nutzen einfach die Gelegenheit, da mal so ein bisschen zu brainstormen, was da so auf uns zukommt, was das für das Spiel insgesamt bedeuten könnte und worauf wir uns so am meisten freuen. Daher auch, Oli, direkt, was reizt dich am meisten an dem neuen Set? Also momentan reizt mich da irgendwie alles, also das ganze Thema ist einfach cool, Mandalorian finde ich mega cool, da sind ja unheimlich viele Karten dabei, auch die Lieder, die bis jetzt announced wurden, das sind ja vier Stück, da ist dann auch The Mandalorian dabei und Moff Gideon, Hunter, der Klon quasi und Bo-Katan, das ist ziemlich cool, ja. Ja, das heißt, das Ganze wird dann also thematisch nach Episode 6 dann angesiedelt sein und irgendwo vor Episode 7 und irgendwo im Mandalorian-Universum, Ahsoka spielt da ja zeitlich irgendwo mit, das Buch von Boba Fett und eben, ja, Hunter hat es gerade schon gesagt, das Bad Batch, die Schadenscharge, wie ich es so schön auf Deutsch heißt. Ja, schrecklich. Genau, die sind dann thematisch alle mit dabei und genau, in dem Rahmen wird sich das Ganze dann irgendwie bewegen. Wie jetzt in dem Set ja auch, wird sicherlich noch Figuren und Karten, die vor und danach spielen, dabei sein, bin ich mal gespannt, was da so kommt. Ja, aber ich finde diese Zeitlinie extrem spannend, ehrlich gesagt. Ist sicherlich so, ja, würde ich sagen, ist so das, was Star Wars für mich nochmal wieder richtig spannend gemacht hat, die Serien, die da gekommen sind. Und umso mehr freue ich mich, dass es eben da jetzt Karten zu geben wird. Neben den Karten wird es ja auch so einen neuen Kram geben, ne, von Game Genic. Es wird ja auf jeden Fall ein paar neue Spielmatten geben. Was ist so dein Eindruck? Die sehen auch alle mega cool aus, finde ich. Ja. Also da, ich finde halt generell das Ganze drumherum, was sie da, was sie da machen, ist einfach der Wahnsinn. Also der ganze Game-Genic-Kram. Ich hoffe halt nur, wo sie unbedingt halt dran arbeiten müssen, ist einfach an der Verfügbarkeit. Weil da ist ja momentan, du kriegst ja irgendwie fast nichts mehr. Die Deckboxen, da ist schwierig dran zu kommen. Am allerschlimmsten sind die Token. Da ist ja irgendwie jeder heiß drauf. Ich weiß, ein Kumpel von mir hat sich jetzt zwei Pack aus Spanien bestellt oder sowas und quasi nochmal so viel Versand gezahlt, wie die Token gekostet haben oder sowas. Das ist irgendwie alles crazy. Da hoffe ich, dass sie da besser gerüstet sein werden. Ja, das hoffe ich auch. Also das, gerade dieses Zubehörzeug, aber auch die, ja, Booster gibt es ja hier und da noch was. Also so größere Mengen ist auf jeden Fall schwierig ranzukommen. In den lokalen Läden gibt es hier und da noch was. Ja, Läden, die vielleicht noch nicht so überrannt worden sind oder wo es nicht ganz so offensichtlich ist, dass das Zeug überhaupt da gibt. Ja, du findest genau ab und zu mal so eine Perle irgendwie, die vielleicht in der Ecke ist, wo das keinen wirklich interessiert. Online kriegst du eigentlich fast nichts mehr. Auch so die Läden, wo wir hier unterwegs sind, die ab und zu mal nochmal was reinbekommen. Die sagen dann auch, okay, wir verkaufen das rein an die Spieler bei uns im Laden. Da geht nichts mehr online raus oder so. Also, ja, ist schwierig. Aber klar, ich glaube Ihnen schon, dass das nichts ist, was Sie jetzt gemacht haben, um so eine künstliche Verknappung da zu generieren. Ich glaube halt wirklich, dass die selbst da so ein bisschen, ja, overwhelmed sind und überrannt wurden von der Nachfrage, die es da jetzt gibt. Ja, denke ich auch. Also, klar, so ein bisschen Verknappung tut dem dann vielleicht irgendwie auch ganz gut. Aber am Ende des Tages ist es einfach ärgerlich, wenn das Zeug nicht verkauft bekommen, wenn die Leute es unbedingt haben wollen. Und in der Menge, wie es aktuell nachgefragt wird, wäre es eher kontraproduktiv zu sagen, oh, wir haben eigentlich hier die Lager voll und hauen das Zeug irgendwie nicht raus. Und ich glaube, es ist jetzt einfach auch schwierig. Sie haben ja jetzt gesagt, okay, es wird auf jeden Fall auch Set 1 nochmal nachproduziert, aber das soll dann irgendwie so an Weihnachten kommen. Und das ist ja irgendwie auch klar, weil ich denke, jetzt sind ihre ganzen Produktionskapazitäten auf Set 2. Ja, ja, klar. Ja, und du willst das Zeug ja auch dann irgendwie haben. Ja, dann lass doch nochmal stärker in Set 2 einsteigen. Also thematisch spielt es hauptsächlich nach Episode 6, was ja interessant ist, weil auf dem Cover-Art von Set 2 ist ja zum Beispiel auch Darth Maul mit dabei, der zu dem Zeitpunkt ja auf jeden Fall schon tot ist. Genau. Den werden wir ja dann hoffentlich sehen. Oder es ist halt einfach nur ein netter Marketing-Gag. Der kommt gar nicht vor. Ja, glaube ich zwar nicht. Und wie wird das dann so produkttechnisch aussehen? Wird es dann nochmal wieder Starter-Decks geben? Genau, genau. Es wird wieder eine Starter-Box kommen. Da sind dann Moff Gideon und The Mandalorian mit drin, was schon mal ziemlich cool ist. Das heißt, du hast ja auf jeden Fall garantiert, die beiden mit ein paar netten Karten, die man gerne haben möchte, so thematisch, auf jeden Fall in den Starter-Boxen garantiert. Wird es dann wieder so sein, dass es so Karten gibt, die es nur in den Starter-Sets gibt? Genau, genau. Da sind auch schon einige announced. Also ihr könnt generell auf swudb.com, was generell eine sehr, sehr gute Seite ist. Die ist Fanmade, aber die sind da super schnell. Und da sind jetzt, sobald eine neue Karte announced wird, ist die da auch schon drin. Da könnt ihr euch auch schon angucken, wie viele da von dem Set 2 schon announced sind. Das sind jetzt mittlerweile schon einige. Und da seht ihr dann auch immer quasi die, ist das eine Rare, eine Common oder eben so eine Starter-Set-Exklusive. Und da sind jetzt schon einige announced. Also zum Beispiel, was haben wir denn da? Ja, Grogu zum Beispiel ist das eine, ne? Genau, genau. Also der kleine Mini-Yoda aus der Mandalorian-Serie wird sie eben im Starter-Set dann. Genau, das war doch hier so, don't call him Grogu, it's Baby Yoda. Ja, genau. Naja, in der Serie wird er immer Grogu genannt, der ist jetzt schon ganz okay. Der hat sich mein Sohn übrigens beschwert, dass es nur eine Machteinheit ist und nicht auch Mandalorianer, weil für alle kleiner Spoiler ist ja Ende Staffel 3 offiziell Mandalorianer dann geworden. Aber vielleicht ist das noch vorher dann und es kommt später immer noch eine Grogu-Karte, die dann auch Mandalorianer ist. Der dann auch Mandalorianer ist, das wäre natürlich sehr, sehr cool. Okay, das heißt, da finde ich ja bei SWUDB, ich muss auch leider sagen, ich habe der offiziellen Seite da auch eine Chance gegeben von Fantasy Flight, aber SWUDB ist einfach sehr, sehr gut und die haben ganz schnell aufgeholt und einfach sehr viel angenehmer zu bedienen. Daher wäre das auch weiterhin meine Empfehlung. Wenn ihr Karten nachschauen wollt, Decks bauen wollt, nehmt einfach die Seite. Da ist auch tatsächlich schon eine Community, wo dann über Decks diskutiert wird und über Karten diskutiert wird zunehmend. Ja, und das ist natürlich dann besonders spannend, ja. Genau, so die ganzen Metadecks hast du da eigentlich auch immer direkt drin. Wenn irgendein Deck irgendwo ein Turnier gewinnt, dann ist das auch relativ flott da verfügbar. Du kannst halt, das war ja zum Beispiel für mich schon der Killer direkt am Anfang von der offiziellen Seite, dass du gar nicht die Anzahl der Karten, die du hast, da eintragen konntest. Das kannst du hier alles machen, kannst dir dann auch ganz easy anzeigen lassen, okay, von welchen Karten habe ich das Displayset noch nicht voll und so Sachen. Und die sind da ständig am Weiterentwickeln. Die haben jetzt schon eingebaut, dass du, wenn du dir ein Deck anschaust, siehst du auch die Kosten von dem Deck, also was dann die Durchschnittskosten auf den Online-Marketplaces sind und so. Das ist schon ganz cool. Ja, definitiv. Okay, Set 2 bringt eine Reihe von neuen Karten im Sinne von Artwork und Thema. Und da sind sicherlich auch eine ganze Reihe neue Effekte bei. Aber es gibt ja auch eine Reihe von neuen Mechaniken. Drei Stück gibt es neu. Schmuggeln, Capture und Bounty. Ich weiß gar nicht, wie es dann auf Deutsch heißt mit Capture und Gefangennamen oder so. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber ja, Capture, Bounty und Schmuggeln. Hast du dir die schon angeschaut, Olli? Kannst du da so ein bisschen was zu sagen, was dich da heiß macht? Ja, die sind ziemlich cool. Alle drei, finde ich. Also Schmuggel finde ich am allercoolsten. Und das wird dann, glaube ich, auch ganz cool im Zusammenspiel jetzt mit Han Solo, was ja thematisch dann auch passt. Und zwar bei Schmuggeln ist es so, du kannst die Karten aus deinen Ressourcen rausspielen. Das heißt, du legst die Karte irgendwann als eine Ressource ab und kannst sie aus der Ressource raus dann nochmal spielen. Da hat sie dann oft andere Kosten, manchmal sogar andere Aspekte, als hättest du sie direkt von der Hand gespielt. Und auch nochmal eine spezielle Fähigkeit, die sie dann macht. Das ist ziemlich cool. Okay. Und was erwartest du, was das so für den Spielfluss bringt dann? Und heißt das auch, ich verliere die Karte dann? Also wenn ich die dann weggeschmuggelt habe, habe ich dann eine Ressource weniger? Oder wie läuft das? Nee, du darfst dann immer quasi die oberste Karte von deinem Deck nehmen und die als Ressource hinlegen. Also du wastest so keine Ressourcen. Und das ist halt eine ganz coole Sache, gerade wenn jetzt Karten vielleicht ein bisschen teurer sind, die erstmal quasi in deine Ressourcen zu packen und sie später von da dann spielen zu können. Okay. Was wäre denn mit, gut, wenn die teuer sind, dann kannst du sie später spielen. Was ich mir auch vorstellen könnte, wären natürlich so Karten, die ich jetzt als Ressource erstmal nutze und den Effekt mir für später aufbewahren möchte. Genau. Sowas könnte ich mir auch gut vorstellen. Okay, ja, das klingt sehr cool. Das war ja, ja, da habe ich ja schon ein bisschen mit gerechnet, dass sie mehr mit diesen Ressourcen machen und mehr so, oder was heißt gerechnet, ich habe es mir erhofft, sagen wir mal so. Und es hat sich ja schon so ein bisschen auch angefühlt. Es gab ja jetzt schon ein paar Karten in Set 1, wo das so angedeutet wurde, dass mit diesen Ressourcen noch ein bisschen was geht. Also Formulierungen wie, solange du so und so viele Ressourcen kontrollierst. Mit Lando kriegst du auch schon Ressourcen wieder zurück. Ja, Hahn hat das gerade schon gesagt, spielt viel mit diesen Karten als Ressourcen legen und wieder wegräumen. Sehr spannend. Okay, und was ist Bounty und Capture? Die hängen ja so ein bisschen zusammen, habe ich das Gefühl. Die sind auf jeden Fall nicht ganz so weit voneinander entfernt. Also Bounty ist so, dass du, wenn du eine Karte spielst, dann ist die Karte oft von ihren Fähigkeiten her gesehen, ist die relativ günstig von den Kosten. Dann ist aber so, wenn der Gegner die Karte besiegt quasi, dann kassiert er die Bounty der Karte. Das heißt, er kriegt dann einen Benefit, darf dann irgendwie vielleicht eine Karte ziehen oder sowas. Das heißt, die ist erst mal für dich beim Ausspielen. Dann kannst du vielleicht eine relativ starke Karte schon früh ausspielen. Das ist dann aber den Nachteil, dass wenn der Gegner sie besiegt, ist er dann ein Benefit. Quasi die Bounty auf diese Karte dann kassiert. Okay. So, jetzt gibt es ja zum Beispiel den Kartell-Turncode. Da steht Bounty, when this unit is defeated or captured. Also da greift dann auch diese Capture-Mechanik. Was macht die dann genau? Da musst du mir vielleicht sogar ein bisschen helfen. Das Capturen ist dann quasi eine Fähigkeit. Da nimmst du die Karte und legst die unter die Unit, die sie gecaptured hat. Und sobald diese Unit, die die andere Unit gecaptured hat, besiegt werden würde, geht die wieder zurück an den ursprünglichen Besitzer. Ja, so habe ich es auch verstanden. Genau, also dass du so eben bei dir gefangen hältst und dann kannst du irgendwann wieder zurückkommen. Genau, und in dem Falle würdest du dann eben auch die ... Dann weiß ich gar nicht, wie ist es denn dann? Kannst du die Bounty dann zweimal kassieren? Wahrscheinlich, ne? Du könntest den Capturen, kriegst die Bounty. Wenn der dann besiegt ist, geht die Einheit zurück. Und wenn du die Einheit dann besiegst, kriegst du die Bounty wieder? Ja. Ja? Ja, weil es ist ... Das ist dann ja sogar ganz ... Je nachdem, wenn das ein starker Bounty-Effekt ist, kann das dann sogar ein ziemlich großer Nachteil sein, mit so einer Karte zu spielen. Also müsste man dann immer schauen, wo bringt es denn was? Oder weiß ich, dass der andere einige Units hat, die capturen können? Dann könnte es dann ja vielleicht sogar relativ gefährlich sein, so eine Bounty-Karte auszuspielen. Ja, definitiv. Also da bin ich gespannt, wie die Dynamik sich da noch weiterentwickeln wird. Und ich habe schon stark das Gefühl, dass jetzt mit Z2 dann so Mechaniken anfangen, die, ja, die noch so ... Was heißt, also komplizierter im Sinne von ... Man muss sich schon mehr überlegen, okay, was kann dieses Deck potenziell überhaupt erreichen? Welche Karten miteinander können was für Effekte aktivieren? Und gegen welche Arten von Decks spiele ich denn vielleicht auch? Und da wird es sicherlich dann auch noch spannend zu sehen, wie sich das Meta von bestimmten Karten und Kartenzusammenstellungen entwickelt. Ja. Ja. Ja, sehr cool. Also ich freue mich auch sehr auf das Set. Hast du schon so eine Karte, wo du sagst, da willst du dein Deck mit bauen? Hast du dir schon so ein paar Sachen da rausgesucht? Noch gar nicht so genau jetzt so auf die Effekte. Was ich als Leader, wo ich mir auf jeden Fall ein Deck bauen werde, ist mit Bokatan. Die finde ich als Charakter einfach ziemlich cool. Ja, aber ansonsten ... Ich bin da, das habe ich ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, ja auch noch gar nicht so drin, wie jetzt zum Beispiel bei mir in Petros oder so. Der guckt sich ja wirklich die Karten durch und sagt schon direkt, ah, mega, die passt ja perfekt zu der Karte und so und so. Und dann hat er im Kopf schon sein Deck gebaut. So weit bin ich irgendwie noch nicht. Ja, okay. Ja, ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich würde es auch vor allen Dingen so thematisch reizen mich da so ein paar Sachen einfach. Also ja, Bokatan finde ich auch extrem reizvoll. Und auch Bad Batch gucke ich jetzt gerade die ... Ich bin bei der zweiten Staffel jetzt. Und genau, da freue ich mich auch, ein Deck mitzubauen. Ja. Weil es auch eine spannende Geschichte irgendwie erzählt. Haben die denn, das habe ich mir jetzt noch gar nicht so genau angeguckt, noch mal so eine ähnliche Sache, wie es, ähm, wie es ja jetzt, äh, in Set 1 mit den Rebels war. Also du hattest ja dann mit, mit, mit Hera, die dann ja verschiedene Farben im Deck, äh, haben konnte und die dann ausspielen konnte ohne Extrakosten. Ähm, wenn das Spectre-Einheiten waren, äh, ist bei Bad Batch so was Ähnliches oder haben die alle denselben Aspekt? Ne, ich glaube nicht, dass die, also wenn ich jetzt so durchgucke, haben die auf jeden Fall nicht denselben Aspekt. Weil hier Hunter hat grün, Crosshair hat grün. Ja, aber Rack hat zum Beispiel, ist rot-weiß, ähm, äh, Tag ist nur weiß, Omega ist gelb-weiß, äh, Okay, ne, dann. Äh, das ist schon sehr unterschiedlich und die sind auch, äh, alle nicht, also die, äh, die Spectre-Einheiten haben ja als, äh, ja, es steht unten dran als Eigenschaft und die haben hier nicht irgendwie das Bad Batch, die sind halt alles Klone, ähm, und alle Fringe, so wie das aussieht. Äh, genau. Genau, da sind alle Fringe-Klone und, ja, äh, Crosshair ist sogar noch Imperial und Trooper und nicht Fringe dafür. Oh, ja. Äh, passt ja, äh, auch, auch, äh, gut zur Serie. Äh, ja, diesen Effekt wird man, wird man ja über den Mandalorianern sehen. Da gibt's ja ganz viele Effekte, die jetzt schon mit Mandalorianern zusammen triggern. Und so wie das aussieht, gibt's da ja auch eine ganze Reihe von Karten jetzt schon in dieser, äh, die den Karten, die aktuell bekannt sind. Und in Z1 gibt's ja auch eine Reihe von Mandalorianer-Karten schon. Ja. Ähm, das wird sicherlich sehr, sehr spannend werden. Ähm, ja, sehr schön. Also, Shadows of the Galaxy bin ich sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, inwiefern sie dann, äh, ja, Darth Maul irgendwie einbringen. Und Dr. Afra ist ja auch auf dem Cover. Die ist ja auch, äh, auf jeden Fall vor Ende von Episode 6. Ähm, ja. Bin gespannt, was da noch so für Karten kommen werden. Äh, vom Karten-Pool her wird das ja nicht, nicht klein. Das ist ja quasi wie Set 1, oder? Genau, genau. Es sind sogar ein paar mehr. 260 irgendwas oder so sollen ja, glaube ich, kommen. Ähm, also ich glaube dann sogar 10 mehr als in Set 1. Ich könnte mir vorstellen, auch da bin ich ja jetzt gar nicht so tief drin, in den anderen TCGs. Petros meinte nur, dass das bei Magic, dass da zwischendrin auch immer mal kleinere Sets kommen. Aber ich glaube, da ist der Pool halt mittlerweile so groß. Ich denke mal, dass die, die ersten drei Sets, die dieses Jahr kommen, alle so um die 250 Karten haben. Äh, und vielleicht kommen dann später auch mal kleinere Sets. Ich hoffe es irgendwie auch für meinen Geldbeutel. Ja. Dass wir auch ein paar kleinere Sets noch dazwischen kommen. Ja, also ich würde aber auch vermuten, ähm, die ersten drei Sets, die werden den Karten-Pool erstmal voll machen, dass man da ordentlich Auswahl hat, um ja auch ein sehr breit gefächertes Metagame am Ende des Tages zu haben, was natürlich so für die sehr kompetitive Szene auch spannend ist, dass es nicht sehr festgefahren ist, sondern dann, ja, also wenn Set 3 dann ja auch wieder so viel hätte hast, das ist ja dann knapp, äh, äh, knapp 900, nee, äh, knapp 800, äh, knapp 800, ja. Ja, 800 Karten. Und das ist schon, schon ein bisschen was. Wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel mit Netrunner, das, äh, Standardformat, sind auch gut 800 Karten im Pool. Äh, und das läuft jetzt schon ein bisschen länger. Ja. Ähm, daher ist so 800 Karten durchaus, äh, glaube ich, eine coole, eine coole Grundlage, um irgendwie ein diverses Metagame zu bekommen und ohne total überfordern zu sein. Also wenn sie jetzt irgendwie schon 1000 oder 1100 Karten hätten, ist ja, ist ja bekloppt. Kannst ja auch gar nicht mehr zusammen kaufen irgendwann alles. Nee, nee. Gut, das heißt also, ihr werdet, äh, notgedrungen auch von uns weiterhin von Star Wars Unlimited etwas hören. Uns hat, äh, ja, die Sammellust noch nicht verlassen. Wir finden das Spiel weiterhin cool und sind sehr gespannt auf das, das kommende Set. Ja, da vielleicht noch ein kurzer, äh, Hinweis. Wenn ihr Bock habt, mal mit uns ein Draft-Turnier, äh, zu spielen, dann habt ihr noch die Möglichkeit, denn genau das planen wir für unser BGT-Wochenende. Ähm, auch da müsstet ihr mittlerweile ja schon Bescheid wissen, haben wir schon ein paar Mal gesagt, ähm, vom 7. bis 9. Juni. Und wir haben noch ein paar Plätze frei. Fünf Tickets gibt's noch. Ähm, und wir haben jetzt auch schon, äh, uns tatsächlich zwei deutsche Displays besorgt, mit denen wir dann den Draft mit bis zu 16 Leuten spielen können. Und es gibt dann auch einige coole Preise, gesponsert von Asmodee, ähm, zum Beispiel ein englisches Display, ein englisches Starter-Set. Es gibt diese Event-Specials, ähm, mit Luke und Vader in, in Hyperspace. Ähm, ja, also da hauen wir auch noch einiges raus. Also wenn ihr da Bock habt, und generell Bock habt, drei Tage lang, ähm, wie verrückt, Brettspiele zu zocken, dann schaut euch das doch mal näher an. Genau, also der Vollständigkeit halber muss gesagt werden, der Draft wird dann nochmal 15 Euro on top kosten. Genau. Ihr kauft halt diese drei Displays, die es für den Draft dann braucht, ähm, genau. Drei Booster. Drei Booster. Äh, nicht drei Displays. Sorry. Ja, nicht so einen ganz wilden Draft. Äh, genau. Nee, nee, nee. Drei Booster werden quasi dann gekauft, ähm, ja, und damit wird dann halt gedraftet. Daher werden das nochmal 15 Euro oben drauf. Äh, und da es eben nur für 16 Leute maximal geht, ist das jetzt auch nicht irgendwie in den Gesamtpreis mit eingerechnet, sondern nur für die Leute, die irgendwie daran teilnehmen wollen. Ja, sehr schön. Das war unser Ausblick im Grunde auf Set 2. Ähm, ja, wir steigen da bestimmt nochmal tiefer ein, wenn es dann da ist, und wir damit auch ein paar Runden gespielt haben. Äh, bis dahin, das Theory-Crafting, gibt es genügend andere Podcasts und Video-Formate, die sich intensiver damit beschäftigen, wenn ihr da reinschauen wollt, wo ich gerade gar keinen empfehlen kann. Olli, hast du einen, wo du zwischendurch reinschaust? Ähm, habe ich tatsächlich. Jetzt überraschst du mich aber. Ich muss kurz in meinen, äh, aus dem Kopf, weiß ich den nicht. Aber ich habe doch hier direkt meinen Podcatcher zur Hand. Ähm, und zwar, die haben, der hat sogar zwei Podcasts. Einen, ähm, den höre ich tatsächlich ganz gerne. Das sind immer so, ähm, da haut der dann so News raus. Ich glaube, einmal die, die Woche. Ähm, jetzt habe ich so viele Podcasts in meinem, ähm, Podcatcher, das ich natürlich nicht auf Anhieb finde. Einen Moment. Äh, ah, Galactic Gazette. Deutsche Star Wars Unlimited News. Das ist der, äh, News-Podcast. Und, ähm, dann macht er noch mit einem Mädel zusammen Noobs Unlimited, inoffizieller Star Wars Unlimited Fan-Podcast. Ja, cool. Und, ähm, er ist von Holocron Card Hub, so ist er auch auf Instagram und sowas unterwegs. Ja. Und gerade diese Galactica Z, da höre ich das immer relativ kurz und knappe Folgen, ähm, wo man dann so ein bisschen was mitbekommt, was gerade so neu announced wurde. Ähm, ja. Sehr schön. Cool. Ja, Olli, dann würde ich sagen, äh, an der Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören und dass wir noch ein bisschen über Set 2 gequatscht haben. Dich hören wir ja gleich nochmal wieder, äh, mit Alex gemeinsam. Genau. Über die lokale Szene reden. Äh, was guckst du dann heute für einen Star Wars-Film, Olli? Ähm, ich hab tatsächlich, äh, jetzt mit, ähm, mit Milo, ähm, äh, Episode 4 geguckt. Äh, Episode 4 ist ja ab 6. Das stimmt. Ja, genau. Jetzt hab ich halt nur ein Problem, die anderen sind ab 12. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass ich, äh, das jetzt nutze und, äh, mit Episode 5 weitermache. Ähm, weil es irgendwie sehr lange her war, äh, hab ich festgestellt, dass ich die zuletzt gesehen hab. Also gebe ich mir mal nochmal den richtig geilen Scheiß. Sehr schön. Ja, ich, äh, mal schauen, was wir uns, äh, heute anschauen werden. Ich, äh, weiß noch gar nicht genau. Wir haben nämlich jetzt letzt tatsächlich alle geguckt, äh, äh, deswegen können wir uns quasi frei allen aussuchen. Mal schauen. Ähm, gut. Dann, äh, ja, euch noch viel Spaß. Schreibt uns gerne, was ihr am Star Wars-Tag so gemacht habt. Oder ob ihr das überhaupt, äh, ob ihr die Folge überhaupt gehört habt, werdet ihr dann ja nicht mitteilen können. Äh, vielleicht habt ihr auch einfach übersprungen. Ähm, dann, äh, dann, äh, hören wir uns das nächste Mal wieder, äh, mit dem ganz normalen Programm. Und, ähm, ja, bis dann. Ciao, ciao. Bis dann, ciao. So, herzlich willkommen und einen tollen Star Wars-Day auch von uns beiden. Äh, ich hab den Alex hier bei mir. Hi, Alex. Ja, schönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend. Und auch von mir einen wundervollen Star Wars-Day. Möge die Macht mit euch allen sein. Genau, genau. Und ich hab den Alex hier, weil ich mit dem so ein bisschen reden will, wie Star Wars Unlimited so aus Seiten der Stores und Turnier- und Weekly-Veranstalter funktioniert. Denn da ist der Alex ein wenig involviert, beziehungsweise hat das mit hochgezogen in Schwerin. Alex, erklär doch einfach mal ein bisschen, wie es dazu kam. Ja, es war so, wir haben, äh, bei uns diesen Laden, das ist so ein, so ein, so ein Manga- und TCG- und, und Rollenspielladen, ähm, das Atom. Und, ähm, in deren Raum, den die irgendwann mal angemietet haben vor zwei Jahren, ähm, spielen wir schon seit, äh, langer Zeit unsere Brettspielrunden immer, alle zwei Wochen Donnerstags. Und als ich dann, äh, von der Messe, äh, letztes Jahr in Essen, äh, zurückkam, war ich Feuer und Flamme von, äh, immer noch im Eindruck dieser, äh, FFG, äh, Asmodee-Präsentation von Star Wars Unlimited und war total angefixt. Und hab dann auch, äh, mit dem Andi, mit dem Besitzer gequatscht und hab gesagt, so, ey, ich hab irgendwie Anfang der 2000er mit Magic aufgehört und hab gesagt, mir kommt kein TCG mehr ins Haus. Äh, das ist für mich durchsat Thema. Und, ähm, ja, es, ähm, hat jetzt tatsächlich, äh, jemand geschafft, eins zu entwerfen, was jetzt doch wieder ins Haus gekommen ist. Und, ja, hab den dann immer wieder vorgeschwärmt und er sagt, äh, erst mal skeptisch und sagt, naja, wir haben schon Yu-Gi-Oh und Magic und, hm, weiß ich nicht und kleine Szenen in Schwerin. Naja, wahrscheinlich mach ich da nicht mit. So, und dann irgendwann, Wochen später, hab ich ihm dann noch mal davon erzählt, ja, jetzt hier ist, äh, kannst du hier, ähm, kann man jetzt schon vorbestellen und so. Ich hab mir jetzt erst mal ein Display vorbestellt, mal gucken und hab ihm dann irgendwie noch mal ein bisschen was, äh, Material gezeigt und sag, guck mal hier, mit dem Spielen und dann gibt's auch so Starter-Sets, total easy und, ja, war irgendwie, kurze Zeit später, äh, waren wir dann wieder da und dann sagt er, ja, ja, ähm, wir können jetzt Pre-Release, äh, demnächst spielen, weil ich, äh, bin jetzt doch dabei. Ne, hab ich ihn quasi überredet. Weil er am Anfang so, er kennt halt die Szene in Schwerin schon sehr lange und das ist eine sehr kleine Szene und dann verstehe ich auch die Perspektive von so einem Laden, der sagt, hm, so ein neues TCG, ähm, ja, gut, Star Wars, äh, kann ziehen, aber Schwerin ist halt immer klein. So, und, äh, ja, dann, ähm, kam dann der Tag des Pre-Release und, äh, dann haben wir, ähm, waren wir ja auf unserem Brettspiel-Wochenende zu diesem, äh, Zeitpunkt und, äh, dann haben wir das Pre-Release, ähm, nachgeholt dann im Store und haben das, äh, genau, haben dann ein schönes Pre-Release-Event gespielt und im Vorhinein hatte ich in so WhatsApp-Gruppen, die wir hier in Schwerin haben mit, äh, Brettspiel-Bekloppten, hab ich dann eben geschrieben, pass auf, hier, wir machen ein Pre-Release-Event von Star Wars Unlimited, ein paar Videos reingeschickt, hier, guckt euch das mal an, finde ich total cool, macht total viel Spaß und, ja, dann waren tatsächlich noch ein, zwei, der liebe Nils ja auch, ähm, ähm, den, den haben wir auf dem Wochenende schon eingepackt, äh, vor unserem Draft-Turnier, den hatten wir ja da schon abgeholt, der war da auch dabei und, äh, ja, dann haben wir ein schönes Pre-Release-Event, ähm, gespielt mit, ich glaube, acht Leute waren wir, sogar, oder ich glaube sogar zehn, ähm, weil das waren auch so ein paar, äh, das ist immer das Schöne in dem Raum, in dem wir spielen, da sind dann gleichzeitig, äh, auch Magic-Spieler und Yu-Gi-Oh!-Spieler und Pokémon-Spieler und die gucken dann immer mal so über die Schultern und schauen mal eine Runde zu und gucken sich die Karten so an und dann irgendwann, äh, hab ich dann mal zwei von denen auch so ein Starterdeck in die Hand gedeckt, hier, können wir mal eine Runde mitzocken, können wir ausprobieren, so, ja, und dann, äh, haben wir sie eingefangen, dann haben sie auch eingefixt und, ähm, ja, so ist die Community jetzt immer weiter gewachsen, ich hab dann gleich eine WhatsApp-Gruppe gemacht, ähm, und die da alle reingeholt und ich organisiere das immer so ein bisschen mit den Terminen, äh, und nehme das dem, dem Andi, dem, dem Store-Liter halt ab, weil der hat, jeden Tag haben die da irgendeine, ähm, äh, TCG-Runde und der sagt jetzt noch eine dazu und, boah, und, naja, dann hab ich ihm gesagt, pass auf, ich nehme dir das ab, gib mir hier euren Zugang zu, äh, Star Wars Unlimited zu dem Event-Center, dann lege ich die, äh, Events auch immer an, dass das auch immer da gesehen wird, wann, wann das Event ist und, ähm, genau, hab gesagt, kümmere ich mich drum, mach dann auch den Judge, äh, auf den, ähm, auf den, äh, Turnieren, die wir dann machen und hab mit dem Fiete, das ist ein Student, der studiert auf Lehramt, ich glaub Mathe, Mathe, glaub ich, war das, ähm, genau, der, ähm, ist dann quasi meine Vertretung und der ist jede Woche dabei und ich bin alle zwei Wochen dabei und, ja, jetzt, äh, hat sich da so eine kleine, aber feine Community gebildet, die wirklich regelmäßig ist, jede Woche zu spielen, ähm, aber wir sind halt immer nicht so, also, es ist immer unterschiedlich, also, wir sind so Minimum immer so fünf bis sechs Leute, ähm, und maximal waren wir jetzt, glaub ich, mal knapp 15, ähm, mit den Interessierten dazu, die dann aber auch teilweise nicht nochmal gekommen sind oder so, das schwankt da immer so ein bisschen. Was, was wäre da so eure maximale Kapazität, die ihr covern könntet? Ja, die maximale Kapazität, also, wir haben jetzt gerade die Situation, dass der Raum, den wir eben vorher hatten über den Laden, dass es den nicht mehr gibt, deswegen, äh, sind wir jetzt ausgewichen in so einen, ähm, gemeinnützigen Raum von, vom, äh, SOS Kinderdorf, äh, äh, ist ja auch ein Verein und die haben da so ein Stadtteilcafé aufgemacht und mit der, ähm, Leiterin von diesem Café bin ich so ein bisschen ins Gespräch gekommen über Connections und die sagte, ja, es wäre cool, wenn ihr irgendwie einmal die Woche kommt, dann beleben wir das schon mal gleich, äh, das Café, was jetzt neu ist, dann haben wir schon mal einen Abend hier, äh, da sind halt so riesen Schaufenster, also, sitzt da so ein bisschen wie auf einem Präsentierteller, ne, aber dann sehen die Leute, ah, okay, da geht los, ja, ja, ne, und, ähm, genau, da sind wir jetzt erst mal untergekommen bei denen und, ja, da würdest du schon so, ja, 20 Leute würdest du da reinkriegen, locker. Ah, super, super. Das sind aber noch zu wenige und, ähm, weil, warum sage ich zu wenige? Es gibt so, es gibt ja immer, also der, der Zyklus ist ja immer, du hast das Pre-Release-Event, dann kommt das Store-Showdown-Event und dann kommt das nächste Pre-Release-Event und der Store-Showdown ist ja immer kurz vorm Ende des Sets und, äh, da ist es tatsächlich so, ähm, dass wir in Schwerin keinen Store-Showdown spielen können. Ich hab da auch den Jan von Asmodee nochmal angeschrieben und gefragt, ob, äh, er da irgendwas machen kann, aber er sagt auch, ähm, diese Store-Showdown-Kids sind auf, ähm, 32 Teilnehmer ausgelegt. Oh, okay. Da brauchst du halt 32 Spieler für, weil da gibt es ja auch als Preise, ich glaub, das ist ja diesmal auch diese Maze-Window, ähm, 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 äh, speziell OP-Booster, äh, Version. Und, ja, das ist tatsächlich dann so ein bisschen schade, ne, dass, dass man, man, ich mein, es ist auf der einen Seite verständlich, gerade auch jetzt durch die Produktknappheit sowieso, ähm, aber wenn man es dann irgendwie schafft, so eine kleine Community aufzubauen, die wirklich regelmäßig jede Woche sich trifft, wo es ja immer die gleichen sind, ne, bei den großen Stores hast du ja so ein komplett durchgewürfeltes, äh, Dönzimmer und hier hast du ja auch einen Zusammenhalt, der irgendwie kommt. Und dann ist das schon ein bisschen schade, wenn du den Leuten dann sagen musst, naja, Store-Showdown können wir leider nicht spielen, sind wir zu klein für. Ja, das, äh, kann sich in der Zukunft ändern, ne, dass wenn die Verfügbarkeit der, der Produkte irgendwie besser wird, ähm, und vielleicht auch ein paar Stores, äh, äh, weniger werden oder so, es werden ja mit Sicherheit nicht alle irgendwie vielleicht dranbleiben oder was weiß ich, ähm, oder sie machen halt die Kids dann irgendwann, wenn sie die mit, äh, in höherer Stückzahl produzieren, machen sie dann vielleicht auch für kleinere Gruppen, wäre auf jeden Fall schön, ähm, weil so können wir es halt nicht mitnehmen. Na, also Pre-Release geht, aber. Ja, 32 finde ich von daher auch, ähm, recht krass. Also, ich erzähl gleich mal so ein bisschen, wie es hier läuft, äh, so im, im, im Ruhrgebiet, also im absoluten Ballungszentrum, äh, da sieht's momentan ein bisschen, ähm, ein bisschen anders aus. Aber auch da, auch wenn die Leute da wären, die da mitspielen, muss der Store ja auch erstmal auch die Kapazität haben, da, äh, Platz für 32 Leute, äh, zu haben. Das ist ja auch nicht so einfach. Oder die Hälfte steht dann immer da rum und guckt zu und, äh, ja. Weil du kannst es schon aufteilen, ne? Also, du kannst das Event ja auch über mehrere Tage spielen. Ah, okay. Du kannst ja auch ein ganzes Wochenende machen. Ach so. Und dann kannst du es natürlich ein bisschen splitten, aber es müssen halt vom Prinzip her 32 unterschiedliche Teilnehmer sein, ne? Und das kriegen wir halt hier in Schwerin nicht hin. Also, ich bin echt froh, wenn wir so, wenn wir irgendwann mal auf die 20 kommen, wäre halt gigantisch. Aber, äh, momentan wäre es halt allein cool, wenn wir halt erstmal per se jede Woche eine Runde zusammenkriegen. Und dann halt immer mindestens so acht bis zehn Leute sind, dass man so fünf Paarungen hat. Und dann kann man ja auch schon ein schönes Turnier spielen mit fünf Paarungen. Ja. Ähm, das ist eigentlich ganz cool. Ja, hier ist aktuell eher so, wir wollten heute ja eigentlich, hätte ich noch ganz gerne jemanden vom White Rabbit in Essen dabei gehabt. Das hat jetzt terminlich, äh, so kurzfristig nicht geklappt. Äh, also hier ist es echt schwer, da reinzukommen. Also, gerade im, im White Rabbit, da bin ich jetzt sogar in dieses Community-Programm da eingestiegen, äh, und, äh, da hat man dann Vorkaufsrecht für die Events. Und selbst da hatte ich jetzt keine Chance, weil ich es nicht direkt mitbekommen habe, wenn die eingestellt wurden. Am nächsten Tag, jetzt ist der ganze Mai, ist ausverkauft. Also, im kompletten Mai komme ich da in kein Weekly, äh, äh, mehr rein. Und so sieht es auch bei vielen anderen Läden aus, zumindest so zu den Zeiten, wo ich dann, äh, könnte. Es gibt einige, die machen das dann auch samstags, das ist für mich halt raus, ähm, da wird mich, äh, meine Frau einen Kopf kürzer machen, wenn ich mich jetzt samstags noch für irgendwelche Weeklys verdrücke. Ähm, oder du hast halt manchmal welche, die starten dann irgendwie um 16 oder 16.30, das kriege ich halt, halt auch nicht hin. Äh, hier ist zwar einiges, ne, so im Umkreis von, keine Ahnung, äh, 50, äh, 60 Kilometern. Mein Nachbar kennt da alle, der war mittlerweile schon, weiß ich gar nicht, der hat über 10 von diesen Weekly-Play-Boostern. Ich hab bisher einen, ähm, ja, aber ist alles hier, äh, nicht so einfach. Du hast zwar echt viele Leute, die es spielen, ähm, und ich meine, ich hab ja auch hier in meinem engeren Kreis viele. Also, mir mangelt es jetzt nicht unbedingt an, an Partien, aber, äh, so ein Weekly hat ja doch schon nochmal eine besondere Atmosphäre, weil es so ein bisschen Turnierfeeling hat, weil du eben diese coolen OP-Booster kriegst und, äh, ja. Ja, das ist ja auch, das ist ja auch cool, einfach so die Decks dann auch mal zu checken, ne? Also ich hab mir ja einen Tarkin-Red und einen Liyah-Gelb-Deck gebaut. Und dann find ich's halt auch einfach cool, weil es gibt halt so ein paar Crackstar bei uns, äh, die haben sich schon, der eine hat sich irgendwie schon acht Decks gebaut. Oh, krass. Ja, gegen den hab ich irgendwie gegen so ein Han Solo-Deck gespielt, weil ich so auch noch nie gesehen hab, irgendwie großartig. Und der hat mich halt so platt gemacht, äh, mit meinem Tarkin-Deck nach kürzester Zeit, äh, hatte der gefühlt in Runde vier da oder so sieben Ressourcen liegen. Und ich denk mir so, was ist denn jetzt hier kaputt? Das denkt er sich doch alles aus, wie malt er sich doch, das gibt's auch gar nicht. Ähm, ja, megacool. Ähm, er verrät es aber auch nicht, ähm, wie das Deck funktioniert oder was da alles drin ist. Und das find ich halt das Coole, dass halt jede Woche dann wieder ein neues Deck vielleicht am Start hat, also du hast deine Decknummer modifiziert und dann, äh, guckst du halt, wie das funktioniert. Und, ähm, ne, das macht schon, macht schon echt Spaß. Und man ist natürlich irgendwann auch so eine eingeschworene Truppe und dann kommen mal wieder ein paar neue dazu. Und da zeigt sich halt auch, wie, ähm, einsteigerfreundlich das Spiel noch ist. Ne, weil, ähm, das, das hast du denen ja wirklich ruckzuck erklärt. Irgendwie in zehn Minuten können die loslegen und dann, dann, äh, das ist zwischendurch nochmal gefragt. Wir hatten bisher, also ich spiele ja als, als Judge auch immer mit. Weil bei so kleinen Gruppen ist es so, äh, da hältst du dich ja nicht ewig auf mit, mit Regelfragen oder die sind schnell erledigt. Und dadurch, dass Vite quasi auch als, äh, Judge fungiert. Wobei das alles noch inoffiziell ist, ne, es gibt ja noch kein offizielles Judge-Programm. Ähm, da hatte ich den, den Jan von Asmodee auch schon, äh, darauf angesprochen. Und es soll wohl irgendwann Mitte des zweiten Sets, äh, das offizielle Judge-Programm geben, wenn dann auch irgendwie die Planetary Events starten und sowas. Und dann wird es sicherlich, äh, muss man dann gucken, was da drin steht. Ne, wenn man dann, äh, so ein offizielles Planetary, äh, Event, äh, oder ein Event für die Qualifikation dafür spielt, dann wird man als Judge sicherlich nicht mehr mitspielen können. Ne, dann, dann ist das ja schon krass geregelt. Aber wir haben uns auch relativ viele, die kompetitiv spielen wollen, äh, was das Ganze auch so ein bisschen antreibt, äh, weil da, äh, ist es dann auch so, dass man halt dann immer so, nachdem wir das Turnier dann durchgemacht haben, wir machen ja meistens einen Draft oder momentan aufgrund von Materialmangel nur, ähm, äh, constructed. Und, ähm, da gibt's dann so eine App von, äh, FFG, ähm, die, die, äh, das Tournament and Event Center, TEC nennt sich das. Das muss man sich dann runterladen, ähm, gibt's leider nur für Windows und Apple, leider nicht für Android. Und, genau, zum jetzigen Zeitpunkt trägt man sich dann da einfach ein mit seiner Asmodee-ID und dem Benutzernamen und, äh, kann aber momentan noch nicht den Ort angeben, wo man spielt. Das wird aber mit Sicherheit alles kommen, wenn's dann zu diesen Planetary Events kommt, weil dann ist es ja auch wichtig, nachzuverziehen, wer hat wo gespielt und wie oft gewonnen und verloren. Und, genau, das, äh, da läuft das dann alles drüber. Aber, ja, ist halt auch angenehm, weil das Ding direkt die Paarungen macht. Gibt gleich den Modus vor, wenn du Draft eingibst, hast du Best of Three. Wenn du Constructed hast, ähm, dann hast du immer nur ein Spiel. Ähm, wir machen dann meistens trotzdem, äh, Best of Three. Und, ja, so, äh, wird das Ganze dann immer so ein bisschen von, von Fiete und mir organisiert. Es gibt so einen Laptop vom Laden, der wird dann immer mitgebracht, wo die Software drauf ist. Und dann, ja, ist man aber immer bis zum Schluss da. Das ist dann immer. Ja, klar, klar. Ja, aber cool. Und man muss ja den Laden noch zuschließen. Ja, aber cool, dass du da so, äh, jetzt ja auch, äh, äh, bisschen hinter die Kulissen gucken kannst und, äh, das so von, von, von beiden Seiten mal siehst. Ja, mal noch mal ganz kurz zu den, äh, eben zu den Weeklys. Andere Leute, andere Decks kennenlernen und so. Da bin, ich bin ja der totale Noob. Äh, hab ja nie wirklich TCGs, ähm, gespielt. Bin da auch schon immer überrascht. Petros baut ja auch Decks wie, wie in Wilda. Äh, und manchmal dann so, so total crazy Dinger. Ja, jetzt hat der letztens so ein Deck gehabt, das war einfach nur drauf ausgelegt, mein Deck leer zu spielen. Der hatte einfach nie irgendwelche Einheiten, äh, ähm, im Spiel. Und alles nur über Events und dann noch so Sachen, wo ich dann halt Karten von meinem Deck ablegen musste. Ähm, und ich spiele ja momentan, ähm, um halt in das Ganze mal noch so ein bisschen reinzukommen, noch ein, 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 ein Accro-Deck. Ich will jetzt mal versuchen, so langsam mal in Mid-Range oder, oder, äh, Control, äh, reinzugehen. Aber Accro ist ja so vom Play her am, am einfachsten. Und hab den Großinquisitor da, ähm, und der kann ja immer, wenn er angreift, äh, noch mal eine andere Einheit ready machen. Also eine eigene Einheit in Damage machen. Und, äh, dann hat er an den Großinquisitor, hat er ein, hat Petros ein Upgrade drangehängt, dass ich, ähm, die Basis nicht mehr angreifen kann. Ähm, und hat aber selber nie ein, das heißt, dem seine Fähigkeit war völlig verpufft. Der musste den auch gar nicht rausnehmen oder so, weil der konnte eh nix mehr machen. Der konnte ja keine Einheiten angreifen, niemand, also, ja, total, äh, crazy. Und ich hab dann die ganze Zeit dann nur so, ja, Junge, wann bringst du denn mal Einheiten? Jo, nö, nö. Ja, das haben wir tatsächlich auch noch gar nicht gehabt. Also, ich hatte, einmal hatte ich noch, ich glaub, zehn Karten im Deck. Ähm, aber ansonsten sind wir noch niemals in die Hemisphäre gekommen, dass das ungefähr so, so, also, äh, hier beim Draftplay, ne, nicht beim Constructed. Ja. Ne, weil beim Constructed, äh, da ist das halbe Deck noch gefühlt meistens am Ende da. Und der macht halt auch keine Damage auf deine Base oder so. Der hat jetzt, glaub ich, am, ähm, am Wochenende in Dortmund hat er gegen Dirk gespielt und dann war irgendwie so, hatten die, äh, schon eine Viertelstunde gespielt und dann hatte Petros ein Damage auf der Base und, äh, und Dirk zwei oder so. Also, Craig. Aber, also, hat mich dann natürlich schon, ist dann interessant, sowas mal zu sehen. Vom Spielen her, find ich's total, war das aus meiner Sicht total langweilig, weil ich halt einfach nichts machen konnte. Ich hab halt Karten gespielt und der hat die mit Events wieder weggeräumt und, äh, ja, oder hat diese komischen Upgrades an mich dran gehängt, äh, dass ich seine Basis nicht mehr angreifen konnte. Und, ähm, ja. Aber da gibt's ja... Ganz einige Varianz, ne? Ja, und das ist ja alles hier noch Set 1. Das wird ja immer krasser, äh, je mehr Kram, äh, Kram da noch kommt. Da fehlt mir halt noch komplett. Petros ist ja auch so einer, der guckt sich die Karten an. Auch jetzt, wenn die neuen released werden, und weiß dann direkt, wow, die funktioniert dann mega gut mit dem Deck und so und hier und da rein. Äh, da, da fehlt's bei mir noch vollkommen. Aber, äh... Ja, das ist bei uns halt auch so in der, in der Gruppe jetzt zum Beispiel der, der Fiete, der, der Student. Ich mein, ne, das hat Student auch ein bisschen mehr Zeit als ich irgendwie als Familienvater und Vollzeitarbeitender. Ähm, äh, wobei ich jetzt hier nicht sagen will, dass Studieren nicht anstrengend ist. Kleiner Disclaimer, wovor ich hier auf die Nüsse krieg. Aber, äh, der weiß das auch schon immer alles. Der hat halt auch schon alle Karten im Start und, ähm, guckt sich halt an. Und, äh, er weiß dann schon, ja, er hat jetzt auch von, er hat sich auch total schon, was ich auch cool finde, ähm, ähm, der ist auch direkt in den Regeln voll drin. Also, äh, ich hatte dieses Bounty am Anfang nicht so ganz kapiert, äh, hat er mir dann auch noch mal irgendwie, äh, erklärt. Und, weil das ist, das Gesamtregelwerk ist ja schon länger draußen von Asmodee. Ja. Aber, äh, die, die, das wird ja jetzt immer weiter erweitert. Also, das, äh, da kommt ja jetzt immer mehr noch. Ne, aber das finde ich, äh, also ich finde es halt auch cool, dass es wirklich, äh, so, so funktioniert hier, ähm, dass es einmal die Woche stattfindet. Ähm, ist ein bisschen schade mit dem Raum, weil der war halt wirklich so 500 Meter von meiner Haustür entfernt. Das war für mich sehr angenehm. Äh, gut, jetzt muss ich einmal, weiß ich nicht, mit dem Fahrrad irgendwie fünf Minuten fahren, nämlich auch da. Ja, alles gut, aber, ähm, ja, ich hoffe sehr, ähm, das ist halt immer so ein bisschen das Ding so, ich hoffe sehr, dass wir Pre-Release-Kits kriegen, weil das wäre wirklich schade, ähm, wenn wir da keine kriegen, weil zum Beispiel war es auch so, er hatte nochmal, nochmal Displays nachbestellt, ähm, und er hat insgesamt, also am Anfang ist er ein bisschen zurückhaltend gewesen, hat erstmal nur ein Display bestellt und er nimmt das auch gar nicht in den Verkauf. Weil er sagt, er nimmt das nur für uns, die wir da spielen und dann hat er nochmal irgendwie zwei Displays gekriegt, weil er hatte da nochmal mehr bestellt. Ja, da hat er nochmal zwei gekriegt und dann hat er das eine irgendwie in den Verkauf genommen und das andere für unsere Gruppe dann, äh, zum Draftplay. Ja, und das andere Display musste er dann irgendwie in einer Woche auch wieder aus dem Verkauf nehmen, weil er merkte, okay, ähm, jetzt ist, äh, dann hat unsere Gruppe nichts mehr zum, zum Draften und das ist ihm halt auch wichtiger, dass, dass seine regelmäßigen Spieler da jetzt irgendwie, äh, Karten zum Draften haben. Und wir haben ihm jetzt schon gesagt, fürs nächste Set soll er erstmal einen ganzen Haufen bestellen, wir kriegen das schon weg, weil das ist natürlich auch der Vorteil, wenn es im Laden liegt, dann kommen natürlich auch nochmal Leute, die interessiert, äh, sind oder werden angefixt und gucken sich das an und können dann eben fragen und dann soll er halt auch mal meine Nummer rausgeben, äh, für, für die WhatsApp-Gruppe und, ähm, weil es ist natürlich schon die, die, die Intention, die, die Gruppe größer werden zu lassen noch. Da hab ich ja mehr, äh, als doppelt so viele Displays gekauft wie euer Laden. Die genaue Zahl wird ja nicht verraten. Genau, genau. Und ich bin immer noch unter, äh, unter Jan, also hier meinem, meinem Nachbarn, der hat, ist wirklich total crazy, äh, da reingesprungen. Ja, Verfügbarkeit ist natürlich momentan ein generelles Problem, ähm, ich hoffe, äh, tatsächlich, dass sie das, ähm, mit dem, mit dem zweiten Set und so weiter besser in den Griff kriegen. Jetzt wissen sie ja zumindest mal ungefähr, was auf sie, auf sie zukommt, wie schnell man da jetzt reagieren kann, äh, keine Ahnung, ähm, wie sie das hinkriegen werden. Ähm, ja, ist natürlich, hat so zwei Seiten. Ist jetzt auf der einen Seite, äh, halt kacke, äh, wenn man gerade was kaufen möchte und aber einfach nichts kriegt. Äh, auf der anderen Seite kann das ja schon ein Zeichen dafür sein, dass das Ding, ähm, vielleicht auch ein bisschen bestehen bleibt, wenn's, ähm, wenn's dermaßen erfolgreich ist. Ja, ich hab ja übrigens jetzt, äh, äh, in Dortmund, zumindest für unseren Draft, den wir auf dem, äh, BGT-Weekend spielen wollen, uns zwei Displays, ähm, gesichert. Die hatten da nämlich welche, äh, und die waren aber auch, glaub ich, in einer halben Stunde, Stunde war da alles weg. Ja, wir waren auch total happy, wir hatten, äh, der liebe Jan von Asmodee hat uns ein englisches Display geschickt, ähm, das hat einen Transportschaden, deswegen konnten die das nicht mehr verkaufen, äh, ja, es war vollkommen in Ordnung, ne, aber die, die Packung war halt eingedellt und dann, äh, fand ich es super cool, dass er gesagt hat, hier, wir wollen euch da unterstützen und dann macht doch mal ein Draftplay und dann haben wir quasi, hab ich die Booster von, von, äh, von Asmodee mitgebracht und dann haben wir quasi so ein, äh, Draftplay quasi gratis Event gespielt und dann als Preise dann noch Booster von denen, das hat mir halt auch voll gefreut und, ähm, das finde ich jetzt auch irgendwie das Schöne, so dieser Kontakt, ich meine, du hast da ja auch schon viele Erfahrungen gemacht, das, äh, läuft irgendwie immer super entspannt und ist immer super angenehm und auf Augenhöhe und das, äh, finde ich, finde ich total cool, also selbst für so eine kleine Community haben wir, weiß ich nicht, wie viele Mails hin und her geschrieben, weil ich ein paar Fragen hatte und da denke ich mir immer, komm ich mir schon selber schlecht vor und da denke ich so, ey, wir sind so ein super Hanseln und die haben sowieso schon genug zu tun, jetzt nervst du dem schon mit der fünften E-Mail und, ähm, ne, aber das, äh, das motiviert dann natürlich nochmal zusätzlich, ne, wenn man merkt, dass dann, äh, das auch gesehen wird, auch von den, von den, äh, Publishern, dass wir dann eben auch kleine Communities unterstützen. Ja. Und ja, wer weiß, aus, aus, aus Kleinen kann ja mal ganz groß werden. Genau. Da kannst du sagen, was die Verfügbarkeit angeht, ähm, ja, genau, ich war mit, ich war mit, ich war an dem Anfang, war ich schon mit dabei. Äh, was die Verfügbarkeit angeht, äh, ist es aber auch ganz spannend zu sehen, wenn zum Beispiel bei Locana, also ich kann jetzt ja nur von, von Hinschwerin sprechen, da war es nämlich auch so, dass, äh, Andi am Anfang nichts gekriegt hat und so und irgendwie alles ausverkauft war und jetzt weiß ich gar nicht, dass wie viel das Set jetzt schon draußen ist, aber von dem aktuellen Set hat er dann irgendwie gleich, äh, wieder vier, fünf Displays bestellt oder so und da liegen jetzt dreieinhalb Displays von rum und werden nicht mehr verkauft, weil keiner mehr Interesse hat. Das ist natürlich die Gefahr, ne, dass wenn du das jetzt so aufbaust, ne, und dann irgendwann bricht das Interesse ein und das ist immer die Gefahr für die Händler. Ich weiß noch nicht mal, ich weiß noch nicht mal so genau, ob das Interesse unbedingt eingebrochen ist, aber man hat dann jetzt vielleicht dann, ähm, noch den Interessensanstieg überschätzt oder wie auch immer, weil das war jetzt auch so ein Beispiel in Dortmund, äh, auf der Messe, Locana-Karten konntest du dir überall kaufen da, äh, an den Ständen und ja, Star Wars Unlimited gab's halt nirgends, aber gut, klar, das ist jetzt neu gestartet, so war das ja im ersten halben Jahr auf jeden Fall bei Locana auch, äh, dass du an nichts rangekommen bist, ähm, mal schauen, wie es sich jetzt, ähm, wie es sich jetzt weiterentwickelt. Aber es ist ja erst mal, viel besser hätte es ja nicht starten können. Ne, absolut, das, äh, ist ja wirklich gigantisch gut gestartet. Gut, dann würde ich sagen, äh, packen was. Nochmal euch allen einen ganz, ganz tollen Star Wars Day. Genießt das, hoffentlich seid ihr irgendwie auf einem Turnier oder ich spiele zumindest mal eine Runde, äh, Unlimited, ähm, mit Freunden und dann hören wir uns bald wieder. Ciao, ciao. Genau, bis dahin. Ciao. Das war's auch schon wieder bei The Board Game Theory. Danke fürs Einschalten und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche schon wieder. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen besucht gerne unseren Discord, schreibt uns auf Instagram oder per Mail an info at theboardgametheory.de oder schickt eine Postkarte. Wir würden uns außerdem darüber freuen, wenn ihr uns bei Spotify, Apple oder wo ihr uns sonst so hört, ein Abo und eine Bewertung da lasst. Vielen Dank und bis bald. The studio was, the universal was not going to release it. I was dead broke. And so I had to get a job just to live. And so I had this deal to do this space film. And so I went to, um, to, uh, uh, United Artists with this idea of the space film. And, uh, they turned it down. And then I went to Universal for the idea of the space film. And they turned it down. And finally, um, in the process of us screening the film for anybody and everybody who would look at it in order to try to get it released, American Graffiti, uh, Al Ladd Jr. saw it, who was the head of 20th Century Fox. And he said, I love this movie, you're very talented, and what do you want to do? And I said, well, I'm trying to get this space thing off the ground. Uh, and he said, okay, well, I'll, you know, I'll fund the screenplay. Um, and I'll see you next time. I'll see you next time. And I'll see you next time. Vielen Dank.